ja hallo ihr lieben ein neues video zu dem zu der reihe liebe chip basics es geht heute um das thema empathie und ego ich hoffe ich kriege das so richtig auf die reihe gar nicht so einfach genau wenn du mich noch nicht kennst findest mich auf liebe chip punkte mit meinen kursen rund um die liebe und so weiter auf instagram machen wir jetzt auch mal mehr auf liebe chip und ja genau und wenn du diese themen vertiefen möchtest dann wäre das vor allem in meinem neuen kurs jenseits von ego angst und narzissmus und ich habe diese theme aber auch schon in dem liebe chip pro kurs teilweise der erst nicht immer verfügbar könnte uns aber auch eine mail schreiben und teilweise ist das auch ein bisschen im modul 6 für hardcore bindungsängste ja aber nun zum thema also was viele ja sagen wenn sie sagen wo euch haben narzissen in der beziehung wo man immer wieder sagen muss weiß nicht das sind weiß nicht die zahlen sind unterschiedlich aber was nicht ein prozent zwei prozent drei prozent narzissen in der bevölkerung beziehungsweise menschen mit einer narzisstischen persönlichkeitsstörung das ist ja eigentlich die einzige diagnose also narzissmus alleine ist eigentlich keine diagnose weil jeder von uns hat narzisstische anteile und das hat eben ganz viel mit ego zu tun ego haben wir alle und ja es gibt sicherlich menschen die da auf dem spektrum ganz groß sind und es gibt sicherlich menschen die mit dem ego gar nichts zu tun haben ja vielleicht irgendwelche tibetischen meister hier ist wieder katzenalarm aber irgendwo sind wir da alle und irgendwo haben wir alle unsere ego momente und können uns da nicht rausnehmen wir können nicht sagen die einen haben nur ein ego problem und ich kann mich davon abgrenzen und mich darüber stellen und gleichzeitig sagen ich habe kein ego problem schwierig aber gut wenn man jetzt so was sagt eine sache die man damit meint und das ist natürlich deswegen gehe ich auch mal lieber gern von verhaltensweisen und nicht so von diesen labels ist natürlich dass katze versuchte gerade hoch zu springen okay ein teil von diesen verhaltensweisen ist eben empathie problem ja komm her komm her komm her komm her komm her so versuchen das hier mal weiter zu machen so ja ein teil ist eben dieses empathie problem und empathie problem ja ist zum beispiel so dass empathie problem kann eben sein dass dein partner haar sträubende sachen gemacht hat fremdgegangen ist weil sie nicht gesagt hat ja ich musste das ja machen weil keine ahnung weiß ich nicht weil ich ein pickel zu viel hat oder ich weiß nicht irgendwelche haar sträubende begründungen und ja also warum das alles so sein musste ja komm her komm her ja 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 also irgendwelche haar sträubenden sachen die passieren oder ego kann auch sein dann gibt es nicht also beziehungsweise empathielosigkeit kann auch sein dich so ein drama reinzuziehen das heißt du weißt du sitzt einfach still oder die geht es gerade nicht gut oder was mit dir beschäftigt hast du eine aufmerksamkeit woanders weißt du bist vielleicht sogar krank irgendwie und kannst gerade einfach nicht reden oder nichts und und dann ja partner kannst du nicht aushalten muss dann aus dem nächsten streit vom zauern brechen egal wie es dir gerade geht und nicht in irgendein drama und trouble reinziehen auch das kann empathie problem sein aber es gibt so ja so viel ist einfach menschen nicht verstehen was ihr verhalten mit dir macht das problem jetzt bei empathie problem ist man merkt die selber nicht also weil dann hätte man das problem ich wüsste ich habe da ein empathie problem könnte ich zumindest so von einer verstandesebene da so ein bisschen gegen anarbeiten oder ja könnt verstehen okay ich muss mich für eine empathie muss ich mich in die andere person reinversetzen muss überlegen wie wäre das für mich wenn ich so behandelt würde und ja und kann mir das dann vielleicht erarbeiten oder zumindest vom verstand erarbeiten aber das problem wäre nicht so da das problem ist dass es meistens komplett unbewusst ist und eben ganz viel mit dem ego zu tun hat so also wenn ich irgendwo schmerz thema habe und schmerz körper und ego und unbewusstheit das sind so konzepte sind ganz eng miteinander verbunden das heißt wenn ich irgendwo einen schmerzpunkt habe zum beispiel wenn ich so eine stille komme dann rauschen in mir irgendwelche themen hoch ist kann ich aushalten so und deswegen muss ich ganz schnell ins drama gehen um da irgendwie was drüber zu legen damit ich mich selber nicht spüren muss also wenn ich zum beispiel so ein thema habe und der partner neben mir wird ganz still oder gibt mir gerade keine aufmerksamkeit und ich habe das gefühl ich drehe dann durch wenn ich diese aufmerksamkeit nicht kriege oder so und muss dann drama machen also in dem moment gehe ich in meinem schmerzkörper also schmerzkörper ist zum begriff von tolle ist diese ganze ansammlung von traumata die wir mit uns rumschleppen ob jetzt aus der familie aus eigenen geschichte aus dem kollektiv also in dem moment gehe ich in meinen schmerzkörper und in dem moment wo ich ein schmerzkörper bin ist mit empathie feierabend da drehe ich mich nur um mich selbst um einen schmerz versuchte irgendwie möglichst schnell rauszukommen und ja was das jetzt mit anderen macht ist in dem moment vielleicht total egal weil ich einfach selber so am gefühl habe ich muss überleben so ne und wenn ich das jetzt mal so beschreibe dann merkt ihr vielleicht auch ja das kann natürlich nicht nur ein thema von narzissmus sein das kann natürlich auch überall sein quasi wo ich komplett meinen schmerzkörper gehe ob das jetzt mit drogen ist oder anderen erkrankungen immer dann ja gehe ich in so ein überlebensmodus und dann ist feierabend mit empathie dann sehe ich den anderen nicht und das heißt ja wenn ich das im anderen feststelle ja kann ich jetzt mich darüber aufregen weil ich kann es lassen ich soll das natürlich mal ansprechen nur häufig sind diese gespräche sehr fruchtlos weil das einfach überhaupt nicht versteht also du kannst nicht jemand in bewusstheit reinreden also klar es kann sein wenn er jetzt schon auf dem weg dazu ist und viele menschen werden ja auch wacher jetzt gerade in dieser pandemie zeit kann natürlich sein dass gespräche mit dir noch mal einen schubs geben oder so klar aber du kannst dann nicht den ganzen weg jemand hinquatschen irgendwie so ne der muss seine eigenen erfahrungen machen und da kann man nur wieder überlegen weil ja hallo jeder von uns ist natürlich mal unempathisch kann ich damit leben oder kann ich nicht damit leben und wenn es wirklich wenn jemand ein großes empathieproblem hat ist es echt schwer damit zu leben weil dann wird ja die immer wieder jemanden zwischen die zähne hauen weil das einfach nicht merkt weil das einfach nicht anders kann und weil das sein modus ist zu funktionieren so ne aber was ich festgestellt habe ich habe ja wirklich wahnsinnig viel leuten geredet und kennengelernt bei möglichen gelegenheiten und ja was mir so aufgefallen ist es durchaus ja es gibt das ist konstellationen geprohier man sagt irgendwie ja ich bin opfer vom narzisten ich habe dies seitdem ich habe das erlebt und dann gleichzeitig ein satz später eine sache sagt über das eigene dating und beziehungsleben wo einem beim zuhören einfach die haare zu berge stehen und denkt okay ja vielleicht hast du das erlebt vielleicht war es mit dem narzissen zusammen ich weiß es nicht aber was du jetzt hier machst ist ja ist ja auch total unempathisch irgendwie oder ist auch aus so einer wut oder ich weiß es nicht weil das ist irgendwie das problem an diesem deswegen sage ich immer wieder täter opfer kreislauf wenn ich irgendwo opfer geworden bin ob das jetzt in der kindheit ist ja in der beziehung ja es kann gut sein wir werden alle irgendwann mal opfer und da gibt es auch nichts zu diskutieren das ist dann so aber diese gefahr dass ich aufgrund meiner eigenen umgang damit dann selber eine täterrolle rutsche die ist einfach verdammt groß ne das ist wenn ich dann nur aus seiner wut reagiere oder jetzt halte ich es den männern auch mal heim oder jetzt halte ich es den vorn mal heim oder ja dann bin ich rucki zucki selber auf der täterseite und merke das unter umständen genauso wenig wie mein ex das gemerkt hat irgendwie so ne so und worauf ich eigentlich in diesem video hinaus will ist ja du guck ruhig ob dein partner unempathisch ist red mit dem lass es gegebenenfalls sein wenn es nicht mit deinen standards übereinstimmt und gleichzeitig guck ob du mit deinen standards übereinstimmst ne weil das ist viel leichter an jemand anders unempathie zu sehen als die bei sich selber zu entdecken so ne und also das finde ich das sollte man auch machen dann sollte man auch sagen ja ich gucke bei mir auch ne ich gucke auch ob ich toxische anteile habe ob ich ja was ist ein toxischer anteil große ego anteile die ich selber nicht sehe und aus denen ich reagiere und ja ich meine für dich gilt natürlich das gleiche solange man es nicht sieht sieht man es nicht aber allein diese bewusstheit zu haben da könnte was sein und ich gucke da mal hin ohne mich jetzt dafür zu verdammen oder wieder da so eine spur zu gehen ich bin selber nicht gut genug darum geht es natürlich nicht wir alle menschen haben ego würde ich mal behaupten und ich würde auch behaupten ohne ego können wir hier in dieser welt nicht funktionieren so ne die frage ist nur ich würde auch behaupten eckhart tolle hat ein ego nur der weiß ich nicht funktioniert da wahrscheinlich nicht raus oder dem gelingt es das eben ja so dahin zu stellen wo es eigentlich sein soll wie so eine art wächter für uns der uns dafür sorgt dass wir uns nicht irgendwie die klippe unterstürzen oder irgendwelche anderen komischen sachen machen aber wir brauchen hier ein ego nur wenn wir sozusagen identifiziert sind komplett mit dem ego und mit dem schmerzkörper dann wäre höchstwahrscheinlich selber zu tätern und merken das gar nicht weil wir mal denken das ist ja gerechtfertigt ne das ist auch der grund warum viele krasse minuspole oder menschen mit mit starken narzisstischen anteilen selber sich wie die größten opfer fühlen weil sie wahrscheinlich auch irgendwann mal opfer waren und ja das einfach ja also nicht sehen können dass sie selber auf die andere seite gerutscht sind und vielleicht auch da an dem punkt unser mitgefühl brauchen ohne dass wir mit denen zusammen sein müssen das muss man natürlich immer wieder sagen oder mit dem zusammen sein sollten überhaupt so ja das heißt guck nicht nur auf die anderen guckt auch auf dich andersrum stimmt es hätte ich auch gucke nicht nur auf dich gucke auch auf die anderen es geht immer darum in den ausgleich zu kommen diesem sinne wir werden uns bald wiedersehen dann ja